Ich glaube ich den Punkten immer tue ich. Ich muss jetzt eh gehen. Keine Sorge, Boss, ich fische zu dir. Wenn du gehen musst, dann geh gerne, Elena! Wir wünschen dir alles Gute! Und damit doch! Ja, Leute! Habt ihr mich vermisst? Ich find's mal wieder! Euer Pascal! So. Wir werden jetzt... Pascal! Pascal, du bist! Oh, 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 oh! Wenigstens hat der gute Bremsen! Was ist mit so Fahrräus? Oh, jetzt ist das Fahrzeug! Ich bin der Bus nicht unter Kontrolle! Der Bus? Du kannst den Bus nicht kumpeln? Mach schnell! Boah! Äh, Leute, geht mal... Kommt mal alle kurz zum Dings, äh, zum Aircraft. Ich mag hier... Ja, bei wem ich drinne bin. Bei Knullfuck. Okay. Wir fahren euch hinterher, wenn wir die Kleine sterben. Okay, die Eskorte kommt mit. Oh Gott. Oh Gott. Warum haben wir überhaupt Sterne? Was hast du gemacht? Ähm, ich hab uns doch alle umgebracht. Warum habt ihr keine Räder mehr? Was hast du denn gemacht? Ähm... Warum rauchst du das Auto? Kamelo, wenn du da hinten nicht weiter... Wenn du weiter auf uns schießt, ne? Das Auto raucht schon. Dann kommen, glaub ich, vielleicht Part 4 hin, äh, Bomben. Ah, ne, ne, ne. Das wollen wir nicht. Äh, das Auto raucht schon ein bisschen. Aber egal. Kann noch fallen. Aber Leute, alle müssen wirklich, ne? Alle. Oh, wenn ich noch einen Unfall baue, geht der Motor aus. Na, hallo. Knullfuck, komm mal in meinen Dings. Äh, MC. Und jetzt gibt's gleich richtig Spaß. Nein. Nein. Cool. Wir sollten, wir sollten friedlich machen. Friedlich. Sagt der, der mich gerade gezählt hat. Es war aber auch Spaß. Genau. Hä? Was machst du denn? Wie früher, bitte? Ähm, wie denn? Warte, 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 warte. Vielleicht... Warte, warte. Ich kann auch gegen dich schießen. Äh. Äh. Ich hab auch. Ey, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ja, aber ich hab dir nicht. Ja, aber ich hab dir nicht... Mann, ich bin einfach so... Oh! Das ist ja Ehren, Mann. Ich bin der Pilot. Ich bin der Pilot. Ich bin der Pilot. Aber möchte einer von euch der Pilot sein. Ne, ne, ne. Also will ich nicht. Ja, okay. Oder vielleicht schon. F gedrückt halten, Kamelo. Ich bin der... Ich bin der Pilot. Warte auf. Warte auf. Warte auf. Warte auf. Warte auf mich. Ich bin auch in der Nähe. Ich bin auch in der Nähe. Oh, gut. Ich bin auch in der Nähe. Dominik. Leute, ich hab jetzt noch kurzen Termin mit jemanden. Hol mal den Jet und wir alle stecken ein. Ja, ich stecken ein. Ach so, ja, okay. Okay, ich komme hier. Das ist Dominik. Wir müssen Dominik umbringen. Warte, warte. Rechts, 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 rechts. Nein. Ah. Äh. Ihr macht das gut, ihr wartet sehr gut auf mich. Ja, schenk hinten ein. Danke. Ich wollte mich ein bisschen ausrufen. Also, schenk hinten ein. Hä? Es geht... Es geht einfach nicht. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ich wurde umgebracht. Ich wurde umgebracht. Ja. Du meinst, war das Kacke. Er ist schlimmer als Carmelo. Ja. Da oben fliegt doch wer. Oh, da hinten ist ein Flugzeug. Egal wer uns anschießt. Wer ist auf dem Motorrad? Ich und Sophia. Ah, okay, okay. Ah! Der nimmt ab! Nein, duhst du nicht. Wer ist für ein Helikopter? Ich und Sophia. Ihr Hacker. Aber die Polizei, ich will dich bitte töten erstmal. Keine Sorge. Die Polizei ist mein... Das Flugzeug aussieht. Das kommt ja in den Arsch. Ich heiße Polizei auf YouTube. Keine Sorge. Ja, nein, 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 nein. Alter, ich weiß nicht. Alter, ich weiß nicht. Alter, ich weiß nicht. Oh, das Flugzeug. Ey, wie fliegt man auf dem PC? Wie fliegt man? Wie fliegt man? Hier, ein Lampad. Lampad? Er hat keinen Ampel. Ey, keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich habe immer einen Notfallplan. Es war mir eine Ehre. Tut mir leid, Leute. Guck mal, was für eine hässliche Hose, ne? Habe ich zu viel gesagt? Na klar... Kann man es mit einem Pfeiltest? Ja, wir haben es mit einem Pfeiltest. Warum nenump-app? Oh, wir haben einen Pfeiltest. Warum? Wie ein Pfeiltest? Er bin mit einem Pfeiltest. Aber ordentlich mit einem Pfeiltest. Die B11 kommt. Hä? Mega Ausraster von Sophia? Ne, Mega Ausraster Teil 2? Oh. Leute. Nein, wir haben schon so viel mit einem Flugzeug erlebt. Wir können nicht noch einen Ausraster haben. Leute, die B8 kommt, die B5 kommt durch. Alles gut. Ist dein Ernst? Wir haben jetzt ein Flugzeug. Ich muss vereinen. Dann lass mich aber fliegen. Ich probiere jetzt mal, ob man mit dem Pfeiltasten... Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Warte, komm rein. Ich werde sterben. Keine Sorge, ich habe einen Notfallplan. Nein, kann man doch nicht schon wieder. Ich kann mein Wasser auch kaputt gehen. Wir können einfach ein... Nein, nein, nein. Wir können ein U-Boot werden, Digga. Hast du das überlebt? Nein, nein. Ich bin reingerollt. Ich bin reingerollt. Ich bin reingerollt. Das ist mal ein Nutzen. Oh, lass mal reinfahren. Na, warte nicht. Spaß. Spaß, Spaß. Hä, was? Aber auch nicht. Ich will doch gar nicht reinfahren, Digga. Ich kann einfach nicht reinfahren, ich kann mal schüßen. Gönnt euch dieses Flugzeug. Oh, da hat man wohl wieder Sterne gekriegt. Siehste, ich habe nur gesagt, was steuern wir eigentlich? Ich glaube, echt. Oder Hage rückfallen. Nee. Leute, wir müssen unter der Yacht rausspringen. Vielleicht Yacht sind ein paar mehr. Ich habe keinen Fallschirm. Du kriegst den Fallschirm automatisch. Ach so, cool. Ich habe keinen Fallschirm, du Idiot. Alter, kriegst man automatisch. Ich habe einen. Warte, ist das hier Minecraft? Ich versuche, überall geputet und... Ja, ich glaube, wir können uns im Wasser landen und überleben. Alter, das ist einfach... Das ist Minecraft. Ach, scheiße, nein! Ich finde mein Fallschirm ziemlich cool. Können wir auch irgendwie rein, damit wir nicht abgeschossen werden? Ja, natürlich. Alter, nein, nein! Oh Gott! Ich glaube, warte mal kurz. Hey, lass mal kurz. Ein bisschen Jacuzzi hier, Digga. Ja, warte mal kurz mal Jacuzzi. Ach, hier ist Polizei. Die wollen auch hier drauf. Okay, du bist du das? Oh ja, egal. Das ist nur mein eigenes Zeug. Da komm rein, komm rein! Wir können es nicht erlauben, dass wir noch ein paar Spanner kriegen. Okay, dann hol ich halt so viel auf. Ja, hey. Ja, habe ich zur Barmitzrei gekriegt. Könntest du mich doch abholen? Ach, du bist ein Hund. Nee, der ist leer, Digga. Ich habe die doch umgehört. Ja, du kannst doch nicht einsteigen. Okay, kommst du mir jetzt abholen, bitte. Ah, nein, 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 never mind. Hier ist doch ein Hund. Nein, du steigst jetzt an, aber ich bin nicht um. Marvin, sorry. Marvin, yes. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin jetzt extra wieder dagegen geflogen. Hey, hier ist irgendwo ein Hubschrauber. Okay, jetzt muss ich mehr. Ich kann keinsteigen. Jetzt nicht mehr. Steck ein. Oh, du musst auch rein. Was geht doch. Und Hubschrauber kommt. Bewege mich sogar, aber der kann von einer Seite. Nein, lass mich. Okay, von einer Seite. Es geht nicht. Der kann vorne einsteigen. Jo, wir sind nach Vervengers, Digga. Hubschrauber, hinter dir. Ich muss das Fenster, hä? Aus dem Weg, aus dem Weg. Nein, 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 nein. Wer auf mir? Mal Knuddelhof. Ich bin rausgeflogen. Diesen Tod, diesen Tod. Hast du eingestellt, dass man da rein kann? Ich kann die Leute nicht mehr raus suchen. Ich kann nur die Farbe aus suchen. Ich weiß. So, jetzt nur noch einer. Einer fehlt nur noch. Ja, Moment. Kirito, wieso musst du immer eine Frau sein? Oh ja, let's go, lass mich filetrieren. Hey, wie setze ich mich? F? Eh, eh, du musst irgendwo hingehen und eh drücken. Können wir das Fenster draussen setzen? Nein, kannst du nicht, kurz dich. Wieso bin ich so schüchtern und Pascal? So selbstbewusst. So, warte, seit wann ist das so? Seit wann ist das so? Den Platz wechseln, das gewinne gar nicht. Lass uns den Platz wechseln. Ja, hier ist kein Sitz, hier ist kein Sitz, hier ist kein Sitz. Aber ich muss hier trinken. Leute, nein, Leute. Au, Alter, das ist mein Platz. Okay, so, jetzt hast du dich wieder eingekriegt, hoffentlich. Oh, willst du nie im Thyrogit sitzen? Nein. Schlag Pascal von mir. Er schlägt die Luft. So viel ist dir Pascal also wert. Leute, wenn ihr euch nimmst, Leute, wenn ihr das dann geht, meine Ego-Perspektive, wenn ihr sitzt. Schön entspannt. Was willst du eigentlich, hä? Willst du Prüge, Alter? Ja, stimmt. Ich fand die Jungs beim Prüge hin zum Prüge hin. Oh ja, da brauche ich aber mit der Stadt. Er zieht ne Waffe an. Hau ab, du Arsch. Ja, don't mess up with me. Ich dachte, wir sind in der Mafia, als ob das irgendeine Kriminalität wäre. Kamel, komm zu uns. Warum gehst du so weit von uns entfernt? Weil ich jetzt selbstbewusst bin. Da mach ich mit. Was? Warum? Ich hab nichts gemacht. Sophia? Ja? Bitte brennen. Tut mir leid, Sophia. Jetzt zeige ich dir mal, wie man richtig schießt. Ich hab einen Doppelkill gemacht. So, jetzt kann ich mich wieder hinsetzen. Alles ist entspannt. Okay. Oh, Geld. Geld. Oh. Ja, ich hab auch ein bisschen Muni gekriegt. Was machst du? Okay. Jetzt hast du keine Eier mehr. Gar nicht. Jetzt hast du keinen Kopf mehr. Got it. Okay. Oh, oh. Okay, komm. Könnt ihr das bitte machen ohne mich? Nee, nee, nee. Zuerst was kalt hüten, dann können wir uns weiter schießen. Oh. Jetzt reicht! Jetzt reicht's mir! Fick dich, mit so ner Waffe ist es ekelhaft! Ja, ist ekelhaft Digga! Leute können wir jetzt bitte ganz normal einfach in den Pool gehen und einen Abschied machen? Ja, hast recht! Na, du hast mich schon einmal getötet! Ja, und wo ist Sophia? Äh, ich bin nicht manchmal auf dem Boot, als es hier kommt. Oh, Alter! Holst du dir in allein? Du holst mir her! Soll ich dich abholen, oder? Nein, nein, ich bin schon ein großes Mädchen. Die kriegt das eh nicht hin, hol sie ab Digga! Du kommst nur mit meinem Interesse. Hast du gerade meinen Arsch angefasst? Ja! Warte, was? Weil du aufgestanden bist. Das war ja mega offensichtlich. Nein, nicht voll, nicht voll! Ich hab' die Yachtspiel. Aber okay. Das geil! Du kennst doch sicherlich russisch Roulette, oder? Äh, O,O,O. Ja, ich bin eher, wenn du die noch voller hast. Äh, O,O. O,O O,O,O. das wäre nervig wenn du noch mal neues bauen würde ich würde die schulter nehmen das muss ich noch machen weiß noch dass ich rache bei ok 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 es wird wahrscheinlich ein richtig schönen abschieb ich bin der polizist oh ja das wird spaßig da war ich doch gleich mit naja halt auf damit jetzt ist egal jetzt willst du ne willst du und du pascal was willst du denn eigentlich was willst du ne oh ok ich habe eine machete was willst du mit einer a aber du sitzt doch neben mir und so viel ach so ach so du meinst ich soll zwischen euch ok i got you i got you brother ich hoffe dann bin ich nicht wieder dieser schüchtern so viel mit e setzt du dich hin oh du bist ja schüchtern es ist ein bisschen schwer voll okay dann oh ja ich bin der gewinner sobergen ich bin der gewinner was macht ihr jetzt wir machen jetzt jetzt wir machen jetzt den kalt Hast du mich gerade abgeblitzt? Hast du mich gerade abgeblitzt? Nein. Tut mir leid kleine. Und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe ihr habt Spaß. Wenn ihr mehr davon wollt. Könnt ihr mich gerne gerne abonnieren. Alter. Lol. Last Man Standing würde ich mal sagen. Kriss. Und... Ich steh dich ab. Ich steh dich auf. Ciao.